moin leute mal wieder herzlich willkommen beim christian mal in der schön im originalzustand nicht irgendwer nicht irgendwelche fakes ich weiß nicht seid doch mal bitte so gut und guckt mal dass er nicht auf die ganzen betrüger reinfällt weil es gibt so viele reuploads von meinem kanal da müsste man echt mal aufpassen wenn ihr der christian schön eingibt oder so findet ihr noch irgendwelche kanäle wo meine wo meine videos geuploadet worden weil der andere hier in meinem namen kanäle gemacht haben achte doch mal bitte darauf dass er wirklich 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 ein hauptkanal hilfe jetzt anguckt großes h hilfe großes j jetzt hilfe lehrzeichen jetzt das ist im moment mein hauptkanal und als das video jetzt geuploadet ist irgendwo da achtet mal bitte darauf dass ihr wirklich auf dem hilfe jetzt kanal zeit oder auf dem trans minus forming also trans wie transsexuelle oder transistor trl ans großes term anfang und dann minus und forming großes f forming ja trans minus forming oder cms groß geschrieben c großes m großes s leerzeichen o r g i großes o am anfang und dann orgi leerzeichen n leerzeichen al ja das ist ein original kanal von mir der transforming ist ein original kanal von mir und der hilfe jetzt ist im moment mein hauptkanal der einzige wo werbung gezeigt wird und die anderen zwei sind unten drunter verlinkt unter dem video die könnt ihr gleich mal mit abonnieren weil wenn nämlich wieder irgendwas ist ja und ich wieder irgendwie gestrikt werde oder so dass ich ausweichkanäle habe ja genau da achtet mal bitte drauf und alles andere ist fähig alles andere sind irgendwelche fähig kanäle ich habe so eine sparte kanäle so eine sparte kanäle das kann ich euch mal zeichen mal sehen ob ich es jetzt mal hinkriege wie viele fake kanäle ich schon entdeckt habe pass auf jetzt schon aufnahme ja moment sieht alles ein bisschen doof aus ich kriege jetzt erst mal kabel für den zweiten monitor und ja naja ähm wenn wir jetzt hier drauf gehen bei hater äh das sind schon einige was gegen mich da gemacht haben und das ist alles identitärer typstall nochmal dass ihr mal eine vorstellung davon habt wie viele da re-uploadet haben und so und wir können mal auf einen drauf hier christian schön youtube das ist das christian schön archiv über das bin ich halt noch dankbar weil christian schön archiv lädt alles hoch ähm was meine videos sind falls mir auch was passiert steht gar nicht wie viele videos das sind würde mich mal interessieren aber da sind meine ganzen alten videos falls da mal wer Bock drauf hat die zu gucken aber wie gesagt damit unterstützt er mich nicht da zum beispiel das auch wieder so hate scheiße ja aber das sind die ganzen alten sachen auf jeden fall auch wieder bei okay und hier zum beispiel hey da identität diebstahl machen wir mal einen anderen das ist ja schön youtube ne acht abonnenten da hat noch nichts hochgeladen aber da gibt es so viele wo mich imitieren auch mit fotos von mir und da passt doch mal bitte auf dass ihr dann nicht auf irgendwelchen fake kanälen landet und euch irgendwie in die ehre führen lasst ich habe meine drei kanäle gesagt hier ja christel meff schön und also wirklich ja auch videos von mir geüploadet das guck mal da 1396 kommen aufrufe ja christelkonsum verursacht nur weil er dort den namen vom video wenn ich anders nennt und ich könnte die alle melden aber das heiden auf hat und so richtig passieren tut er auch nichts aber das war cool das war richtig cool da bin ich damals bin ich damals mal mit dem moped schlüssel planierer übergefahren bim ja überherstückt da muss man von der schaufel und alles gehen ja leider gottes das geht ja da bin ich planierer übergefahren wie dem auch sei ja genau also bitte wie gesagt achtet drauf dass ihr auf die originalen kanäle seid und dann kann ich auch eure kommentare lesen und mich auch mit euch auseinandersetzen auch selber antworten aber von den anderen kanälen weiß ich auch kein login und kein passwort das ist ja das fiese weil das war ja nicht ich ne ja ja also bitte drauf achten original kanal ja und für all die äh wo sagen sie finden das entspannt mir zuzuhören ähm ich mache im moment nicht viele videos immer mal so ein bisschen was da könnt ihr wirklich gern die alten videos gucken die sind auch alle sehenswert aber guckt sie auf dem hilfe jetzt kanal da unterstützt ihr mich wenigstens weil da kriege ich ja passen für die werbung und das ist nicht viel aber das wäre halt trotzdem nice naja gut okay dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag wollt mich mal wieder zu Wort melden mit dem Bildschirm das mit dem Sendestudio das wird auch noch schöner weil wie gesagt ich habe dann meinen Fernseher als zweitmonitor ich habe das jetzt hier alles ein bisschen umgebaut deswegen sieht es auch im Hintergrund ein bisschen anders aus ähm ja da können können wir mal gucken was da die nächste Zeit jetzt so noch passiert festes Internet hätte ich gern aber naja ich muss halt mit meinem Datenvolumen hinkommen geht auch geht auch ihr seht ja ich kann ja wenigstens zu euch reden ok danke für die Aufmerksamkeit das war's euer Schöni Ciao Ciao